Wenn ich mal 50 bin, würde ich mal Erfinder werden und auf den Mond rauf fliegen. Mein Ziel war vielleicht mal, ich will nicht nur Abteilungsleiter sein, sondern einfach mal eine Stufe höher. Die grösste Herausforderung ist alles unter einen Hut zu bringen, mit den Kindern etwas zu machen, für dich selber Zeit. Das ist eigentlich das, was wesentlich ist. Dass viele Männer in ihrem Trott drin sind, Ernährung spielen, Leistung bringen in jedem Feld und sich gar nicht damit beschäftigen, was eigentlich ihre Anliegen sind. Man kapiert in diesem Moment etwas, wenn man in diese Lebensmittelzeit kommt. Man kapiert, dass man nicht ewig lebt und man kapiert, dass die Karriere nicht ewig geht. Man kommt in eine Situation, in der man sich grundsätzlich mal eine Standortbestimmung vornimmt. Das Wesentliche im Leben ist, dass man sich selber treu bleibt, finde ich. Mein Endziel eigentlich ist, so wenig zu arbeiten wie möglich. Für mich ist das, das ist im Moment mein Thema. Also es gibt schon manchmal, wo man sich Kinder anfragt, ob ich jetzt nichts verpasst im Leben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020